Der Livestream ist zurück und ich hoffe, ihr schaltet alle wieder ab Mittwoch 20.30 Uhr ein auf Twitch. PlexiTV heißt der neue Channel. Es gibt natürlich wieder Retro- und Communitygaming vom Feinsten. Dazu lösen wir noch das Kicktipp-Gewinnspiel auf von der EM. Bis dann, ich freue mich auf euch. Bis dann, ich freue mich auf euch. Bis dann, ich freue mich.